Haben wir noch einen anderen Torwart außer Kassiers? Ich hab noch was im Tor. Nice. Ich hasse Kassiers. Danke. Schön. Das ist es auch so. Okay, ab geht's gegen Barcelona. Sehr schön. Ich mal wieder in Rot. Oder mit dem roten Pfeilchen drüber. Im Regen. Im Regen. Ja gut, aber komm, wir haben nicht so viel Technik zusammen. Ja. Oh shit. Oh, Entschuldigung. Das war mein Fehler, würde ich mal so sagen. Oh, Scheiß, ich dachte fest. Ich auch. Fuck. Okay, warte, warte, warte. Bring den kurz, bring den kurz. Sorry. Ja, ist nicht so schlimm. Solange du ihn nicht direkt so bringst, also kurz und keiner steht da. Ist alles gut. Oh shit. Jetzt ist gar nichts mehr gut. Das ist äh, äh, sagen wir mal nicht so gut. Bist du noch da? Jetzt. Jetzt schon. Jetzt schon. Jetzt schon. Es ist gut, früh in Rückstand zu geraten. Verdammt. Es ist gut, gar nicht in Rückstand zu geraten. Nein, es ist gut, früh in Rückstand zu geraten. Weil nämlich dadurch kann man dann die Fehler noch, äh, ausbauen. Boah, kann der eigentlich nicht überspringen. Echt so, ne? Okay. Ja, komm. Gein Problem. Gib mir den passen. Los, los. Schade. Hättest du auch schießen können. Ja, wär zu früh gewesen. Ja, besser als gar nicht. Probieren. Ja, aber noch besser ist ein Torschießen und das schaffe ich von da garantiert nicht. Zurück zum Torhüter. Kannst du ruhig versuchen. Okay. So kann man einen Angriff einleiten. Das ist nicht meine Art. Achso, deine Art, äh, das ist nicht deine Art Angriff einleiten. Ne, das ist nicht meine, das ist nicht meine Art zurück zum Torhüter zu spielen. Achso. Das war gut. Danke. Entschuldigung für den Pass, der war nicht gut. Danke. Gerne. Ha, 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 ha. So. Nice. Scheiße. Unten, 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 unten. Oh, shit, 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 komm, 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 komm. Na, Maserano ist eigentlich nicht so schnell. Technik, ich bleib oben. Ah, fuck. Hätte fast geklappt, alter. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Der eine stellt den Weg zu, in Anführlichischen, und der andere läuft ihn halt an. Ja, wir laufen halt immer beide an, und dann steht halt ne Riesenlücke. Ist halt echt so. nein 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 Typisch wir Warte, ja der passt ist gut, der passt ist gut ok der kommt nicht ganz Kick ihm einfach in die Fresse Sag ich genau, der will nicht das machen soll aber wirklich nicht Steht nur 1 0 und nicht 10 0 Das war nicht gut, das war sogar richtig schlecht. Danke. Ein bisschen besser und es wär schon scheiße gewesen. Halt's mal. Immer wieder. Gleichfalls. Das ist gut. Ja, ja, ja. Das ist gut. Ich auch. Ich glaube, ich bin nichts dagegen. Wenn ich gegen Hörner spielen soll miteinander, darfst du gerne viele Tore schießen. Wir brauchen den Siegen einfach. Das stimmt. Aber wir haben jetzt schon ewig keinen Korb mehr gespielt. Die Treten halt auch gespielt. Aber schlecht rein können wir nicht. Doch. Wir können in Liga 5 absteigen. Stimmt, wir können mal absteigen. Wir sind in Liga 4. Immer noch. Da können wir auch ewig bleiben. Oder in Liga 5 absteigen. Das ist ein paar Mal. Hat ja auch eine gute Seite. Wir können nicht weiter absteigen. Nein, geh nicht so weit zurück. Dann schiebst du es abseits aus. Du gehst zu weit zurück. Ich hab gerettet. Volles Abseits aus. Hm, den hat er leider. Okay, dankeschön. Jetzt hab ich ihn wieder. Schade. Hätte ich klappen können. Na, fuck. Der war echt sauber gedacht. Also, dann tunelt der dich halt. War das nicht nur den Pass? Oder hab ich dir aber voll was verpasst? Ich. Ich hab den getroffen. Du hast ihn getroffen. Okay, stimmt. Richtig. Der war gut. Ja, der sauber. Ein bisschen was für die Statistik. Hm, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch. Ja, bring ihn weit. Da steht vorne mit drin. Lieber, dass er wieder den Ball hat, als dass er direkt vor dem Tor wieder den Ball hat. Mhm. Ganz oben. Und das ist unten. Ja, geil! Geil! Ich hab immer das Gefühl, bei Koop entwickelst du dich richtig zurück. Zu so geistig behindern. Fuckin' auf. Haha. Nur so ein bisschen, Alter. Haha. Den hätte sogar meine Oma mit einem Alkoholpiegel von 3,8 Promille gemacht. Haha. Den auf! Wie wär's mit flanken oder schießen, aber nicht dir vom Ball, dem vom Tod den Ball abnehmen lassen? Hab ich ein bisschen schlecht gemacht. Komm, jetzt hast du die Chance. Hier, bitteschön. Haha. Du machst da halt eiskalt allein. Haha. Wieso macht man das halt? Haha. Ja, natürlich. Dafür hab ich ja dich dann fast. Ich schaff's ja keine Tore zu schießen im Tor. Merkt man. Haha. Eindeutig nicht. Haha. Das ist ne galante Schusstechnik von Bay. Haha. Was wird das? Wir haben keinen Kassiersentwurf. Haha. 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 Jetzt hab ich mich in der Apfel. Haha. Haha. Stimmt. Und mich im Sturm. Haha. Haha. Läuft halt auf Pelz. Komm schon, pass, 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 pass. Chill deinem. Chill deinem. Chill deinem. Chill deinem. Chill deinem. Abseits. Deine Mutter ist hups. Haha. Boah shit. Boah shit 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 sorry. Nein. Fuck. Zweimal der Fehler von mir. Die sind hier verhältnismäßig so schlecht, dass ich sie nicht vorhersehen kann. Das bedeutet, er läuft nur geradeaus. Schau mir das an. Er läuft wirklich nur geradeaus. Haha. Haha. Normalerweise machen die noch einen Sidestep oder so. Und ich denk so, okay jetzt wird er den Sidestep garantiert machen. Das ist der Moment. Haha. Und er läuft halt weiter. Oder er ist so gut, dass er weiß, dass ich das denke. Oder du bist einfach verstanden. Haha. Oder was. Wann weiß ich es jetzt nicht so. Oh, schön. Ich bin dabei. Oh. Sein ist so lustig. Bisschen was für die Statistik. Haha. Die Statistik interessiert mich. Ich interessiert mich. Tor. Die Torstatistik. Dann mach doch mal Tor. Haha. Es interessiert mich nicht, dass ich welche machen will. Haha. Es lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Es interessiert mich. Ich schau kurz nach oben. Es steht 2-2 und damit ist mein Interesse gedeckt. Unten. Unten. Oder oben. Oder irgendwo. Oh. Finde ich denn. Freistoß für die. Willst du mich verarschen? Das ist die erste Position. Für was? Egal. Sie geben uns den Ball wieder zurück. Ist nett von denen. Und du gibst ihn wieder zurück. Auch nett von denen. Du musst sagen, das war Absicht. Das war Absicht. Gut so. Los, 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 los. Komm, komm, komm. Na gut wäre eh voll gewesen. Komm, pass ihn, pass ihn, pass ihn. Du machst sie halt eiskalt. Oh, yes. Oh, ja. Oh, ja. Du, gefahren ist momentan echt eiskalt. Sehr schön. Digga, Ripp-Bahle. Oh, ja. Das war's. Aber insgesamt läuft's eigentlich ganz gut für dich. Mhm. Jetzt ist eh Pause. Ja, jetzt ist Pause. Ja, jetzt ist Pause. Pausentee. Pausen Kaffee. Ha, 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 ha. Deutsche Kommentatoren. Oh, Mann. Hat Bale alle drei gemacht? Ich hab' gleich nachgeschaut. Pipi. Nee, Pipi hat eins. Ja, stimmt ja, die Ecke, ne? Mhm. Okay, da müssen wir auffallen. Da wird wahrscheinlich direkt Frontal durch die Mitte gehen wollen. Ja, war klar. Da geht aber direkt gerade. Dann krieg ich wieder, Alter. Oder auch nicht, Alter. Los. Weg mit. Perfekt. Oben. Oben, oben, oben. Oder nirgendwo. Nirgendwo, nirgendwo, nirgendwo. Klein. Schön. Ronaldo läuft da. Nein, doch nicht zu dem. Ich wollte ihn zu Ronaldo. Fuck, geht auf, Alter. Alter, 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 alter. Meine Wortwahl ist ja stupide, hab ich so viel. Ja, momentan schon. Genauso wie mein Spiel. Ganz oben wieder zurück. Okay, das ist unten. Auch in Ordnung. Eintuch. Das wäre so geil. Da kennst du dich doch aus, ne? Ja. Ja. So'n bisschen. So'n bisschen. Nein! Fuck. In der Vorwärtsregelung. Das hat er gut gemacht. Und tschüss. Oben mit Ronaldo. Scheiß. Aber nicht so. Komm, wir müssen jetzt 4-2 machen. Ah, gelb. Wundervoll. Eines der Highlights. Puh. Alter, der Siegler so geil. Mhm. Wir bräuchten so dringend einen. Wir bräuchten eigentlich 10, aber okay. Einer ist schon mal nachfallen. Du hast ihm Klo lang gegeben. Du hast ihn richtig gerackt. Ich weiß, das ist doch geil. So wird sich das. Alter, pass auf. Das, was ich mache, gibt keine Karten. Das, was du machst, schon. Ja, das war gut. Ganz in die Mitte, ganz hoch. Okay. Ja, perfekt. Das ist mein zweiter Name. Du Spass. Alter Schwede. Ich krieg den Ball nicht runter. Ist das schrecklich, ey. Ich mein, was machst du denn vor dem Tor? Denkst du dir so? Ich will jetzt ein Tor schießen. Aber ich bin Alex. Ja, natürlich. Ja, komm. Wir brauchen noch. Keins mehr. Noch. Noch brauchen wir keins mehr. Gleich schon. Stark. Schieß doch einfach vor dem Tor. Nein. Doch. Entweder schön oder gar nicht. Hat bei mir jetzt dreimal geklappt. Ja, aber das war alles nicht so schön. Halt ihn fest. Wir sind die K4. Genau. Der war gut. Der passt. Der war gut. Mach was draus. Oder auch nicht. Das war nix gut. Das hab ich ja was draus gemacht. Schöne Aufgabe. Schöne Gegner zurückgepasst. Oh oh, fuck. Das war Pech. Für den Gegner. Das war ja ein Glück. Also für uns. Komm nach oben. Ein kleiner Trick wie immer. Boah. Das war leichte Füßen. Zu dritt. Also drei gegen einen. Wäre nicht so locker gewesen. Ähm. Ja. Dann halt so. Das war gut. Ganz oben. Ronaldo. Nein doch nicht zu dem. Der soll da links rüber. Was soll ich denn machen, Alter? Ich tritt da links rüber zu dir. Du drückst zweimal x. Machst eine mittelhohe Flanke. Also. Ich mach keine Flanke. Was ist für Noobs? Wir sind Noobs. Na und? Wie im Korb. Ja. Wir spielen hier keinen Korb. Du bist. Wir sind im Korb Noobs. Wir müssen im Korb wie Noobs spielen. Das gehört sich so. Ja. Ansonsten gehen wir hier unter. Ach komm. Wir führen doch noch. Weit nicht mehr. Wenn du so weiterspielst nicht. Ja. Wir werden zumindest nicht höher führen, wenn ich die Chancen habe. Ja. Ich hab ihn geklärt. Hab ich das nicht toll gemacht? Das hast du ganz toll gemacht. Na was hält ihn sicher? Gut der Junge. Komm. Benzema da oben. Hä? Was? Ich hab gar nichts gedrückt. Ja das ist das Problem. Du hast auch nichts gedrückt und der Gegner hat den Ball sich zurückgeholt. Oben Benzema. Oder auch nicht. Viel zu spät. Viel zu schlecht. Der Tor steht und nichts backt. Backt. Nichts backt. Ich backen bekommen. Ich backe nichts. Ich backe nichts. Komm schon. Der ist nicht mehr abseits unten. So jetzt kannst du den Pass. Oh. Wie ist das denn passiert? Oh wie ist das denn passiert? Ich bin ja nur ein Ego. Wollte mal Alex sein. Als Maul einfach. Ich mach das schlechter. Ja das stimmt. Der wär nicht mal aufs Tor gegangen. Okay. Schön der Pass. Komm mit der Wein. Ja gut. Shit happens. Jetzt könnts eng werden mein Freund. Fuck. Ich hab 5 Leute vor dem Tor. Ich kann natürlich 5 Leuten nicht schaffen. Schieß richtig weit. Schieß richtig weit. Ja. Schieß richtig weit. Schieß richtig weit. Schieß richtig weit. Was? 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 Ist das gerade wirklich passiert? Was? Ich frage dich. Ist das gerade wirklich passiert? Was? Das kann nicht carefully. Was ist alles in der Welt계 her Ist das wirklich gerade passiert? Pass mir den Ball zu. Los. Los. Ich weiß, wie... Oh ja. Alex, ist das gerade wirklich passiert? Das wird gleich noch mehr passieren, habe ich das Gefühl. Okay, ja nicht, aber... Ist... Ist... Hat der das wirklich gebracht? Pass mal an, ist in der Welt war das. Aber ich habe sowas noch nie gesehen von Namaste. Der ist mega sicher, wenn ich mit dem spiele. Der hat den Ball einfach nur hochgeworfen. Ja, ich weiß. Vor den Gegner. Komm, ich habe es auch gesehen. Unfassbar. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ein bisschen. Ja, komm, hey, wir können nicht mehr absteigen. Wir brauchen noch fünf Punkte. Sieht doch gut aus. Ich hätte erwartet, dass er sich immer aus. Ich finde es trotzdem ein bisschen. Scheiße, ja. Namaste in seiner besten Aktion des Tages halt dann. Ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017